Sie überschreiten die Grenze in die unbekannte Dimension. Guten Tag, meine Damen und Herren, guten Abend. Das grosse Fressen, es bleibt schwül. Wir engagieren uns für Frieden. Ich würde sagen, das ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit für den Bundesrat. Was hat denn die Schweiz heute Nebensymbolik zu bieten? Ja, die Schweiz wird das tun, was seit langem ihre Stärke ist, nämlich... Danke nach Bern, Fritz Reimann. Eine Herausforderung für die Schweiz. Die grosse Liebe war es noch nie. Da muss ich selber schauen. In Berlin jagt heute ein Krisentreffen, das nächste... Von nun an ging es bergab. Zurück in die Schweiz. Es gab warme Suppe. Wir nehmen ihn beim Wort und hoffen das Beste. Die Lärchenwälder im Engadin. Das Engadin ist aber ganz berühmt, weil intensive Untersuchungen gemacht wurden während 50 Jahren. Generell ist die Schweiz beliebt. Das ist auch richtig so. Äh... Ja, was soll ich jetzt... Ja, ich möchte doch auch noch Bezug nehmen zum LSD. Und damit zu Susanne Wille und den Themen von 10 vor 10. Schafft die Hausaufgaben ab. Das gibt zu reden. Danke, Susanne. Hier nun Meteo und danach die Neuserie Gestüt Hochstetten. Schönen Abend und bis morgen. Meteo wird Ihnen präsentiert von RISE. Guten Abend, willkommen bei Meteo. Mit ein paar Franken so eine Stativposten stellen das Neue mit her. Startdruck und einfach in Ruhe lassen. Und da gewöhnen Sie nicht nur viel Freizeit, sondern wunderschöne ästhetische Filme. Und die sind nicht nur schön, die Filme, sondern man kriegt ein super Gefühl für die Dynamik im Wetter. So ein Beispiel, was man den nächsten Tagen filmen kann, sind die Gewitter. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von RISE. Wow, 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 wow. It has no help on us. It will always go forward. 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 Whoa!